Hör aber auch mal auf hier. Ist ja auch mal gut, ja? Das ist doch selbst für dich unwürdig, was du da abziehst. Nur um irgendwie noch... Wenn schon richtig sauer auf mich. Und nicht so halb sauer. Wann verspricht man sich denn? Wenn im Vorrohr verspricht man sich. Ja, aber ganz auch, würde ich den mehr weghauen. Ja, aber man nimmt dich da nicht mehr ernst. Ah. Das ist eine ernste Sendung. Ja, ja, ne, so viel. Eine Küchenpsychologie hier, du. Und du singst jetzt einfach auch besser. Ja, natürlich. Jetzt singen wir was anderes. Ja, fickende Fickhülle, leck mich doch an Abadillo-Arsch mit Sahne. Was ist das denn, bitteschön? Für ein Hirngefaktenfuck. Hirngefaktenfuck? Ah. Du eine ganz schlechte Bewertung. Jetzt ist es aber auch mal gut hier. So selbst für dich unwürdig. Ich weiß warum. Ne, das steht auch jetzt aber mal gut. Ach, jetzt aber mal gut. So, ja. So ist das nämlich gedacht. Ach, jetzt aber mal gut. Völlig anderen Satz in meinem Kopf. Ja. Können wir das nochmal machen? Ja. Da hat Oli auch nochmal die Chance zu schreien, zu singen, wie es auch auf Player wegweckklingt. Ja, ich meine, da hat der Auto versagt. Ach, jetzt aber mal gut. So was schreibt man noch nicht. Da schreibt man, ach, jetzt ist es aber mal gut hier. Na ja, ich wollte das ja, dass das eben so genau dieses Gespiel ist. Ach, jetzt aber mal gut hier. So. Da dachte ich, das verstehst du als Actor. Ja, mach es doch selber. Gut. Ach, jetzt aber. Ach, jetzt aber mal gut hier. Ja, so. So, das ist mein Peter. So kenne ich dich. Okay.